General, ich muss Sie dringend sprechen. Wir haben ein Problem. Nicht jetzt. Lassen Sie mich in Ruhe. Es geht um die nationale Sicherheit. Sprechen Sie, Soldat. Ein riesiger Meteorit rast auf die Erde zu. Gott, steh uns bei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sprechen Sie, Soldat. Sprechen Sie, Soldat. Sprechen Sie, Soldat Check. Herr Mayer, wie kam es zu dem Fund? Ich war mit meinem Hund unterwegs, in Gassi gegangen und habe es im Gewicht corrersehen, habe mir gedacht, guck sie dir mal näher an. Wie kam es dazu, dass Sie den Kristall nicht verkaufen wollten? Ich dachte mir, das ist nichts wert, es ist nur ein Stück Stein und wer will das schon? Ich danke Ihnen für das Interview. Und Sie meine Damen und Herren können nun in die Terra Mineralia gehen und sich diesen wundervollen Kristall ansehen. Und damit zurück ins Studio. Ich brauche den Rumble so far. Ich brauche den Rumble so far. Ich brauche den Rumble so far. Ja. Herr General, wir haben ein Problem. Die Amerikaner haben einen Agenten geschickt, um den Meteoriten zu holen. Ach, ich brauche den Rumble. Ah, Ivan kommt gerade von der Jagd. Ja, Ivan, ja. Bring ihn her. Ivan, zum General. Ich brauche den Rumble. Ich brauche den Rumble. Ich brauche den Rumble. Ich hab mich. Pass auf. Du gehst nach Freiberg. In der DDR. Dort wartet Olga auf dich. Sie hat alles Weitere. Und jetzt dabei. Rambo. Dein Land braucht dich. Es geht um die nationale Sicherheit. Über Europa ist ein Metroid abgestürzt. Und du musst ihn vor uns finden. Also pack deine Ausrüstung zusammen. Es geht nach Freiberg. Alles Weitere. Fändest du hier drin. Und noch etwas. Gott steht dir bei. Es geht nach Freiberg. 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 Rumble, der Stein liegt in der Terra Mineralia, hol ihn da raus und geh keine Kompromisse ein. Okay. Rumble, der Stein liegt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020